Das bist du zwar für eine Zeit, wenn du anmischst, der hat so zwei Elf nicht geschlafen. Das war heute. Ja, das war heute. Ja, er kennt das noch nicht, sagt er. Ich bin nicht so ein bisschen. Ja, der ist der da. Wenn du jetzt Künstlerstahl hast, kann auch Holz sein, Stahl, Stahl. Oder wobei kommt es wieder an. Ja, das ist ja gar nicht aus. Das ist ja ganz ernst. Das ist ein Meilschweißer oder so. Das ist ein neues Material. Das ist ein neues Schweiß. Da kommt Rohr drauf oder so. Das kommt jetzt. Dann mal Autofressabilität. Das ist ein Geschichte auf anderen Seiten. Das ist nur ein Schweiß.